So, nochmal kurz spontan. Da hinten ist ein Wurm. Durch meine Fähigkeit kann ich den sehen. Er hat gerade hier alle gekillt. Ich bin gerade noch hoch. Fee Keks lebt auch noch. Sie ist noch klein. Er geht, glaube ich. Das ist nicht meine besondere Fähigkeit von Feuerdrache. Ich kann Wärme sehen. Darum sehe ich auch da unten die. Ich kann Wärme sehen. Ich muss halt auch landen gleich. Ist halt doof. Ich muss halt landen. Ich sehe den Wurm nicht. Habe ich die an? Ja, ich habe meine Fähigkeit an. Ich würde ihn sehen, wenn er hier aufkreuzt. Ich muss was trinken. So schnell dann hochzukommen und zu starten, ist halt echt schwierig. Lege digital. Ich kann es doch nicht anschauen. Ich Vielen Dank. Hier ist er gerade nicht. Oh, den Blauen hat es auch erwischt. Oh, habe ich versucht, ihm in Wasser abzuschießen? Ich lasse das mal lieber an. Ich habe Angst, dass der Große auch anfängt. Oh, es ist der Wombi, der kommt. Okay, schade. Ich hätte da eingreifen sollen. Es tut mir sehr leid. Wenn du das siehst, es tut mir leid. Ich hätte eingreifen sollen. Ich dachte jetzt nicht, dass er jetzt gerade irgendwie versucht, ihn zu killen. Ah, es ist natürlich ärgerlich. Was war das? Ich glaube an der Luft. In weiten Moment. Ich habe es gerade gesehen. Kann ich das aus Steam rauskopieren? Keks, Hashtag. Ah, ich kann es reinkopieren. Ging das? Ah, ja, das geht gut. Sehr schön. Ah, ich kann es reinkopieren. Ah, ich kann es reinkopieren. Ich weiß nicht, ob der so schnell wieder groß geworden ist. Wenn der Wurm zu AS3 gegangen ist, hat er Spaß. Dann kann er ruhig bleiben. Ich beende mal die kurz, also das kleine Fitzelchen und hoffe, dass jetzt nichts wieder was Schlimmes passiert. Ich hoffe es nicht. Okay. Ich kann gar nicht mehr viel machen. Ich kann da nicht landen. Ich will nicht mehr. Ich will nicht gefressen werden. Geh weg. Fake Keks steht da unten und will gefressen werden, weil es nochmal neu sparen will. Problem ist, äh, ich seh dich, Kollege. Ich meine, Ausdauer, ich muss landen. Ich muss irgendwann landen und das weiß der. Ich überlege gerade, ob ich mal... Ob ich mal gucke, ob ich das Portal jetzt finde. Ich hoffe, ob ich euch weglocken kann. Dahinten soll das Portal sein. Zu einer anderen Map. Zu einer Waldmap. Ich geh jetzt mal gucken. Ich komme so schnell nicht weg. Keks. Fake Keks. Ich komme so schnell nicht weg. Moment, ich muss kommen, Steam. Nicht wieder hoch. Der ist echt schnell. Ich gucke kurz nach dem Portal. Hier ist ja auch was zu essen. Da. Das sehe ich, dass meine Spezialfähigkeit ist. Das ist echt cool. Ich triggere ihn weg. Ich logge ihn weg. Ich logge ihn weg. Nice. Kommt, folge mir. Das Portal sollte irgendwo da hinten sein. Solange ich gerade noch ein bisschen Ausdauer habe und alles, nutze ich das jetzt aus. Nein. Der überlegt gerade wahrscheinlich, was ich mache, wo ich hin will. Ich hoffe, er denkt, ich logge ihn weg. Das ist so aus, er hat meine Reichweite. Da ist er. Er kommt. Er folgt mir. Richtung Portal. Ich wollte mal Richtung Portal, er folgt mir. Ich glaube, er kommt zurück. Nee, nee, nee. Er ist noch da. Wo ist das Portal? Es soll der irgendwo hier sein. Ja, das wird gleich schief gehen, meine Ausdauer. Ich will halt bloß mal das Portal gerne sehen. Ich habe eine Idee. Ich fliege einfach scheiße hoch, dass er mich nicht mehr sieht. Dass ich aus seiner Range raus bin. Das ist meine Chance. Ich will mich nicht mehr schiefen. Ich will das. Ich will mich nicht mehr schiefen. Ich muss halt echt gleich landen. Nein! Alter, du Herr, was ist das? Geh bitte! Ich werde jetzt sterben. Hier ist kein Portal. Laut Map sollte hier ein Portal sein. So eine Ahren-Map. Ich sehe dich, Kollege. Das Geile ist, da er mich gerade so verfolgt, verhungert er. Wenn ich jetzt auf Save spiele, einfach in der Luft havere. Also einfach nur so, wenn ich mich nicht mehr bewege. Sollte ich die Nummer halt wirklich so gewinnen, ne? Weil er müsste dann eigentlich sterben. Ich brüche halt viel mehr Ausdauer jetzt eigentlich. Wie der mir halt komplett folgt. Ich triggere den aber richtig, oder? Der guckt bestimmt, wo ich hingehe. Junge, ich seh' dich! Feuerdrache und so. So, jetzt bin ich an der Map-Grenze. Hier ist ne Alpha-Wand. Ich geh' jetzt ganz hoch, so hoch wie ich kann. Ich geh' jetzt ganz hoch, so hoch wie ich kann. Dann. Ich hoffe, er mich nicht mehr sieht. Ja, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Bin ich an der maximalen Obergrenze? Ich glaube. Hier, hole ich sofort. Er sucht mich. Er sucht mich. Er guckt mit der Kamera links rum und guckt, wo ich bin. So, wenn ich jetzt nach unten gehe. Ich muss jetzt nach unten gehen gleich. Ich glaube, er hat mich verloren. Ich muss nach unten gehen. Ich habe es noch an. Ich würde ihn sehen, wenn er herkommt. Wurm ist weggelockt. So. So. Schnell. Hinlegen. Hinlegen. Schnell, 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 schnell. Tankenergie. Ich denke mal, dass er jetzt stirbt, weil er nichts bekommen hat jetzt mehr. Habe ich noch an? Ja. Ich würde ihn sehen. Ich habe ihn, glaube ich, gehört. Da hinten. Energie, 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 Energie. Das war eine sehr gestückelte Folge, aber ist ja ganz lustig eigentlich. Immer so, wenn was passiert halt, ne? So. Ich denke, das ist okay. Ich hasse diesen Wurm. Entweder der Wurm ist jetzt zurückgegangen oder es gibt einen neuen. Schon. Ich habe jetzt noch die Nummer. So, ich habe die Nummer noch. Okay. Wo ist jetzt? Da. Der ist Nähe Party... Äh, Puh, wollte ich schon sagen. Nähe P2. Na, der hier ist nicht mehr da. Ist sie jetzt da? Hat es geklappt? Jetzt join as a group. Weiß nicht wie. Wo ist sie denn? Also brutal sehe ich keins. Ich weiß halt nicht, wie das aussieht, dieses Brutal. Das sollte hier irgendwo sein. Laut Map. Aber gut, das ist anscheinend nicht da. Ich denke, ich bin ausgewachsen, oder? Na, nochmal gucken. Oh, sieht das schön aus. Schön. Da liegt was zu essen. Ich muss was essen und trinken. Dringend. Kann ich auch? Ich muss mal kurz meine Theorie testen. Wenn ich hier oben drüber fliege, kriege ich dann auch Essen dazu. Habe ich hier jetzt aktiv? Jetzt ist sie aktiv, genau. Hey, ich kriege jetzt schon Essen dazu. Weil ich in der Nähe bin. Oh Gott, P2. Wo ist P2? Oh Gott, der ist wieder zurückgegangen. Oh Gott, der ist wieder zurückgegangen. Oh Gott, der ist wieder zurückgegangen. Geht bloß weg. Oh Gott, der ist wieder zurückgegangen. Theoretisch habe ich eine Karte. Theoretisch müsste es da sein. Das sehe ich aber nicht so. Weil da ist nämlich was. Da, glaube ich. Ich müsste was trinken, aber das Teil ist hier. Meine Ausdauer ist schon wieder im Keller. Das ist schon wieder im Keller. Kein Wurm hier. Nein. Dass es da vor mir ist, eh ne. Ich frage, ist das die große? So eine ist definitiv vor mir. Ich muss aber landen noch mal kurz. Das ist wie in der Eile am Anfang. Jeder wird einfach nur gekillt. Schlimm.